Und nachdem ja bei mir unten und oben ziemlich viel kaputt war, mussten ja die Zähne raus, mussten Implantate gesetzt werden und da habe ich mich auch entschlossen, diesen Dämmerschlaf zu machen. Das war also eine gute Entscheidung, die ich nicht bereut habe und unten ist das ja gemacht worden und dann gleich mit der Provision die Implantate auch gleich gesetzt und das hat auch von Anfang an sehr gut funktioniert. Ich bin zwar natürlich ein bisschen beschädigt gewesen, aber das ist dann schnell vergangen und oben bin ich ja sehr überrascht. Da wurden ja jetzt bei diesem zweiten Besuch, den ich gemacht habe, sechs Implantate gesetzt. Am Dienstag, jetzt habe ich schon das Provision drauf, kann schon essen und ist nichts geschwollen und gar nichts. Ich bin also sehr beeindruckt und ich muss schon sagen, auch die Ärzte hierin sehr kompetent, sehr gut, bin voll überzeugt. Vielen Dank. Vielen Dank.